Mini Gatlinger Rage Yeah, Bandana Glutonik Alter, scheiße Jede Mal, ey, trifft mich dieser Scheißleser Wahaha Fragezeichenpille Lucky Lockdown, ach du Scheiße, ey Fail Bambi 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 Joa Ich geh direkt zu Bosse Judas versus Wo der war Cool Boah, Alter Was war das denn? Cool, mit Bomben geht das ziemlich gut Boah, verrückt doch Sauber Yeah, ab hier hoch, noch besser, ey Sauber, jetzt hab ich wohl viele Herzen schon, ey Mit Judas Vielleicht schreibe ich das sogar noch Boah, ne, die Laserpenne Ba ba Baaau, ba baau, ba bau, ba baau Ich brauche Münzen definitiv ich glaube ich hole mir die Da einer. Da einer. Hab eh genug Bomben. Shit. So. Schon wieder Bomben. Herz ohne Ende. Geheimgang. Münzen. Sauber. So, ich bin zurück. Jo moin. Ich hab jetzt schon vier Herze, voll gut. Alter, was für dicke Tränen. Ich baller, heftig. Ist alles One-Hit, ey. Alter, was ist das denn? Wie das aussieht. Ah, jetzt sind die wieder weg. Alter, das muss ich dir nachher reinziehen. Heftig. Von Maschinengewehr, ey. Ah, fuck. Bing, bing. Bing, 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 bing. Hm. Ein halbes Herz. Ey, was ne Kacke, ey. Okay, ich mach den kaputt. Ein Auge. Attack Fly. Alter, ich bin am ballern wie so ein Maschinengewehr. Richtig heftig. Der letzte Mal hab ich auch schon da so wahrsehen. Also war ich auch voll mächtig davon, aber. Das kommt nicht immer vor. Gut. Boah, fuck ey. Boah, fuck ey. Boah, fuck ey. Bling, 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 dading, bling bling. Lackdown Wollen wir nicht What the fuck ey Ach egal, ich geh einfach zum Boss ey Ja, hab ich gesehen, wenn du so gute Waffen hast, weißt du Kannst du einfach losgehen Oh, was ist das denn? Ich geh jetzt gegen Loki So ein Baby-Dämon Baby Was ist das denn? Teufel, wie ein Mini-Teufel ist das? Ich hab schon halt die ganze so dicke, fette Fliegen ey Ich schieße in jede Richtung Ok Lokis Horns freigeschaltet Cool Loki sagt, das ist doch der Böse, nicht von Marvel Hm Er ist von Marvel, gleich von Avengers Er ist von Marvel Er ist von Marvel Ich hab jetzt ne Katze für Leertaste Ich frag mich, was die macht ey Alter, was machst du da? Oh ja Ich geh nicht in die Ich geh nicht in die Ich geh nicht in die Komm so komm schon Tut 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 Und ich geh nicht in die Ich geh nicht in die Ich geh nicht in die In die Morota, die Leipzig. Oh, Trinket-Room. Mhm. Ich hab jetzt so ne Tragetasche bekommen. Kein Plan, was die macht. Voll komisch. Ja. What the heck, alter. Ich brauch nen Schlüssel. Ich will nen Schlüssel haben. Ich will nen Schlüssel haben. Ein Schlüssel für den Schlüssel. Kann man das Ding nicht kaputt machen? Ja. Schau sie. Hm. Hm. Komm schon, ich brauch nen Schlüssel. Glücks-Automat, gib mir nen Schlüssel. Ich mach den kaputt, scheiß drauf. Bah, kein Schlüssel, ey. Nein. Ich krieg nur Bomben und er kann nicht Schlüssel voll behindern. Ich krieg nur Bomben, er kann nicht Schlüssel voll behindern. muss man aber Steine auch um Steine? Was für Steine? Weil meistens diese, die Steine die blauen sind, ne? Und die versuchen, dass die anderen, die anderen sind nur graue, ne? Die solche, die blauen, die dann kaputt macht, dann kriegst du ein blaues Herzchen. Kommen aber, also... Manchmal bewegt man sie. Yeah, ein Schlüssel. Geil. Okay, dann brauche ich mal. Mal schauen, was es jetzt bringt, ich gehe das Ding holen, ey. Alter, mit zwei Herzen laufe ich rum. Heftige Scheiße, ey. Ich hab' jetzt so'n goldenen Schlüssel, ne? Ich glaub' ich hab' jetzt so'n letztlich Schlüssel oder sowas. Ich hab' ja auch goldenen. Eigentlich ist er so'n ländlich so'n goldenen. Ja, und was macht der? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ab und zu mal hab' ich's drinnen. Ich hab' noch normale Schlüssel genommen, muss er noch normale dann wieder gemacht und ein goldenen draus. Äh, komisch. Ja. Ja, komisch. Hä, komisch. Hä, komisch, jetzt hab' ich wieder einen Schlüssel. Ja, das hab' ich sogar so'n lach. Ja, aber irgendwie... Komisch. Und zwei goldene, ne? Ne, einen hab' ich jetzt. Gerade immer, ich hab' den goldenen eingesammelt, hatte ich null. Und jetzt hab' ich einen. Obwohl ich gar keinen eingesammelt hab'. Komisch. Dup, 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 dup. Alter, what the heck. Jetzt bin ich fett. Nee, Alter, wie sieht das denn aus? Aber da stand irgendwie gar nichts, was es gebracht hat. Komisch. Ach so, ich hab' einen goldenen Schlüssel, ich mach' die ganzen Dinge auf. Ich verbrauch' gar keine Schlüssel mehr. Ja, dann stimmt das. Dann mit den goldenen Gast alle aufmachen, ey. Jetzt hab' ich zwei Schlüssel. 2 Goldens Jetzt habe ich wieder einen Goldenen eingesammelt. What the fuck, Alter? Ja, das habe ich gemeint. Ich bin immer irgendwie so ein Goldenen raus. Oh, scheiße! Nein! Ich bin zum Boss gegangen. Das käfte ich gegen Mutters Fuß. Scheiße, ey. Mach das! Ich war's nicht so schnell. Mach das! Auf geht's doch! Es ist abends! Ja so weit, gerade um so ein paar Monate zu ver lösen. Ja, da sind wir die Ablösen. Komm, was konvertierst du? Bis zu, Leute. Bis zu, Leute.